Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr besser Schach spielen wollt, seid ihr hier auf meinem Kanal genau richtig. Und heute schauen wir uns wieder wichtige elementare Tormentspiele an. Und zwar die Locena oder auch Brückenbauposition. Viel Spaß damit. Es gibt so ein paar Grundlagen Tormentspiele, die man kennen sollte. Tormentspiele an sich sind die häufigsten Endspiele, die entstehen. Und sie sind auch die schwierigsten. Und deswegen ist es doch zumindest gut, wenn man ein paar Basics hat, die noch relativ einfach sind, an denen man sich orientieren kann, wenn man so eine Stellung hat. Und diese folgende Stellung, die ich hier aufgebaut habe, ist die Locena-Position. Oder auch Brückenbauposition genannt. Wieso? Das sehen wir gleich. Weiß möchte umwandeln. Er ist schon auf der siebten Reihe. Aber der König steht davor und blockiert ihn. Und was jetzt gerade das zentrale Merkmal ist, dass dieser gegnerische König nur ein Feld entfernt ist. Oder nur eine Reihe, beziehungsweise zwei Reihen. Aber es liegt nur eine Reihe zwischen den beiden Königen. Und weiß am Zug ist dran und die Frage ist, was soll er hier tun? Wenn ihr wollt, haltet das Video an und versucht mal, das Ganze herauszufinden. Ich verrate es euch. Der Bauer, der möchte gerne umwandeln. Und deswegen steht der König im Weg. Ein erster, sehr intuitiver Versuch wäre, mit dem König Platz zu machen. Wenn Schwarz jetzt nichts macht, ziehe ich im nächsten Zug durch. Also das kann Schwarz ja so zum Beispiel einfach gar nicht verhindern. Denn dann habe ich einfach ein Tor mehr. Und ein ganz zentrales Motiv als Verteidiger in Tormentspielen ist es, Schach zu geben. Weil gerade bei wenigen Bauern hat der König wenig Verstecke. Und genau dieses Motiv kommt hier zum Tragen. Der König hat hier kein Versteck. Und ich fange hier an, Schachs zu geben. Weil es kann hier so ein bisschen rumlaufen. Und wenn er irgendwann einsieht, dass er nicht weiterkommt, fängt er an vielleicht an meinen Turm ranzulaufen. Und dann ist irgendwann der Moment, wenn er zu weit weg ist, dann greife ich einfach seinen Bauern an. Und schaut mal, den kann er jetzt nicht mehr decken. Der fällt. Und jetzt zieht er zum Beispiel durch. Und dann ist er weg. Und das ist natürlich jetzt Remi. Und genau das ist das Problem dieser Stellung. dass Schwarz hier gleich droht, eine Menge Schachs zu geben. Und deswegen ist hier der erste Zug dieses Schach. Man gibt selbst Schach als Weißer. Man will den gegnerischen König wegdrängen. Wenn jetzt der gegnerische König sagt, nee, 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 ich gehe nicht weg. Ich bleibe dran. Das ist sogar ein schlechter Zug. Könnt ihr euch ja wieder überlegen, was Weiß jetzt zu ihm sollte. Ich verrate es euch. Der König kann jetzt nach f8 gehen. Und kann im nächsten durchziehen. Schwarz würde gerne hier weiter Schachs geben. Aber das geht nicht. Weil er durch seinen eigenen König hier auf f6 verstellt ist. Und wenn er hier das Schach gibt, dann gehe ich einfach davor mit. Jetzt wandelt wieder um. Und habe wieder meine Dame. König f6 ist hier wirklich daher nicht gut. Deswegen ist König h7 besser. Weil jetzt, wenn jetzt König f8 kommt, dann kann Schwarz wieder zu Schema f übergehen und sagen, okay, ich fange jetzt wieder an Schachs zu geben. Wo gehst du eigentlich hin mit deinem König? Und in dem Moment, wo er davor geht, kann ich ja sagen, na gut, du hast ja scheinbar keine Ahnung, wie du hier weiterkommst. Ich gehe hier wieder zurück. Und wenn er dann hier wieder raus geht, gebe ich hier weiter Schachs. Er geht wieder zurück und ich gehe wieder zurück. Das heißt, so kommt Weiß hier nicht weiter. Und hier gibt es jetzt tatsächlich zwei Züge, die wirklich gut sind und gewinnen. Also es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, aber das sind so die klassischen. Und das, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist der Brückenbau. Es gibt aber noch einen anderen Zug, der gewinnt. Wenn ihr wollt, haltet auch das Video an. Vielleicht findet ihr hier einen von beiden. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Brückenbau. Das ist das Klassische, was man hier spielt. Und zwar spielt man Turm G4. Was soll das? Schwarz sagt, was soll das? Ja, was machst du hier? Ich warte mal ab. Und dann zeigt Weiß, was er vorhat. Er geht jetzt raus mit seinem König. Schwarz sagt sich, na gut. Kennen wir schon. Ich gebe Schachs. Weiß geht raus. Schwarz gibt einen Schach. Weiß geht raus. Schwarz gibt einen Schach. Weiß geht raus. Schwarz gibt einen Schach. Und jetzt kommt die Brücke. Wir ziehen nämlich jetzt hier den Turm davor. Und das war die Idee dieses ganzen Manövers. Schwarz tauscht ab und schaut mal unser Bauer rennt durch. Und deswegen ist es wichtig, dass der König hier steht. Würde er auf G7 stehen, könnte er jetzt ran nach F7 und den Bauern abholen. Deswegen ist es wichtig, dass er zwei Reihen entfernt ist auf jeden Fall. Ja, was hat Schwarz hier in dieser Stellung noch für Möglichkeiten? Eine andere Möglichkeit von Schwarz ist natürlich auch hier mit Turm E1 zu sagen, ich warte erst mal ab. Du kannst ja gerade nicht durchziehen, weil mein Turm da noch drauf ist. Dann kann man hier aber Turm G5 spielen und danach hier die Brücke bauen. Auf der fünften Reihe. Das heißt, wenn Schwarz jetzt nochmal abwartet, jetzt kommt die Brücke und als nächstes, wenn der Schwarz auch tauscht, egal oder weg geht, ich ziehe als nächstes durch. Also nochmal ganz zurück. Ich gebe hier das Schach, spiele Turm G4 und als nächstes gehe ich hier so zick-tack-mäßig raus. Schwarz könnte probieren, das zu verhindern und sagen, aha, hier kommst du nicht raus. Das ist aber kein Problem, denn wir können jetzt hier raus und machen das Gleiche hier drüben. Wichtig, nicht nach hier gehen, denn dann ist der Bauer weg. Deswegen müssen wir hier so zick-zack-mäßig gehen und hier gehen wir wieder davor. Das ist der Brückenbau. Das ist eine Möglichkeit, diese Stellung zu gewinnen. Schwarz hat übrigens noch einen anderen Versuch. Schwarz kann auch auf dieses Schach, würde ich nochmal zeigen, nach hier gehen und auf Turm G4 kann er den angreifen. Und damit kommen wir jetzt nämlich zum anderen Gewinnmanöver, das man hier auch kennen sollte deswegen. Man geht jetzt hinter den Bauern und die Idee ist, dass danach der König weggeht und ich danach durchziehe und der König hat zwei Fluchtrouten und der schwarze Turm kann ich beide aufhalten. Also zum Beispiel so. Dann gehe ich jetzt hier einfach raus. Schwarz kann noch ein paar Schachs geben, aber jetzt kann ich mich ja sogar schon hier verstecken. Und selbst wenn nicht, könnte ich auch einfach den Turm angreifen, wenn ich das nicht tue. Und als nächstes ziehe ich durch, weil mein Turm schon dahinter ist. Das ist eine andere Idee hier in dieser Stellung. Weil wichtig ist, dass jetzt eben der König auch weit genug vertrieben ist. Und tatsächlich, wenn man nämlich dieses Manöver gerade gesehen hat, dann gewinnt hier auch ein anderer Zug. Also es gewinnt auch noch alle Züge, weil man natürlich diese Stellung trotzdem noch erreichen kann über Zugumstellung. Es gibt hier keinen Zug, der bis auf Turm-Einsteller die Stellung sofort verschenken. Aber um wirklich voranzukommen, gibt es noch den Versuch Turm E1. Und das ist genau das gleiche, was wir gerade gesehen haben. Gut, Schwarz sagt sich, na gut, du flüchtest sowieso. Dann kann ich auch ran mit meinem König. Und jetzt rennt der König raus. Jetzt kann Schwarz hier noch ein paar Schachs geben. Der König geht raus. Und was soll Schwarz machen? Er kann noch einen Schach geben. Und jetzt kann er den Bauern nicht mehr stoppen. Also, fassen wir zusammen. Die Brückenbauposition. Wenn ich hier vorne bin, das gilt übrigens für alle Reihen bis auf die Randreihen. Also das gilt für alle diese Stellungen. Wenn ich da den Bauern auf der siebten Reihe habe und mein König davor steht und ich den da rausholen muss, dann sollte ich das Prinzip des Brückenbaus kennen. Diese Locena-Position. Und wenn man das einmal gesehen hat, aha, König abdrängen, wichtig, das ist wichtig, hier zwei Reihen zwischenzulegen. König abdrängen, dann Turm auf die vierte Reihe und dann mit dem König so zickzack laufen. Das, überhaupt, wenn ihr das mal übt, kriegt ihr da schnell hin. Das ist übrigens meine Empfehlung. Schaut euch nicht nur diese Videos an, sondern übt das auch. Baut die Stellung auf. Ich verlinke hier auch die Leaches-Studie dazu. Da könnt ihr unten das einfach anklicken und gegen den Computer spielen. Zum Beispiel, ich könnte sagen, spiele gegen den Computer. Übt das. Weil nur durch Anschauen lernt man sowas nicht. Es gibt genug Studien aus der Gehirnforschung, dass Lernen dann gerade stattfindet, wenn man selbst aktiv ist. Immer nur so sitzen und abnicken ist auch schön, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, übt das wirklich. Das ist meine Empfehlung. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen da, schreibt gerne einen Kommentar und dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao. 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 Ciao.